Heute möchte ich mit dir ganz gerne über zwei extrem wichtige Themen sprechen. Zum einen ist es so, dass die zentralafrikanische Republik den Bitcoin als Legal Tender einführen möchte und wir sehen, dass BlackRock einen weiteren ETF launcht. Was das genau beinhaltet und was das genau bedeutet, über diese beiden Themen werden wir jetzt sprechen. Bereits in den letzten Tagen habe ich darüber geredet, FAMMMA launcht einen eigenen Token. Wann der Drop nun genau stattfindet, findest du am Ende des Videos heraus. Und damit ein herzliches Hallo. Ich hoffe, du bist wunderbar an diesem Tag gestartet. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen. Wenn wir uns gerade den Kryptokurs angucken im Allgemeinen, dann sehen wir, dass hier wieder einiges an Bewegung unterwegs ist. Passend zu dem gestrigen Video haben wir natürlich auch hier wieder einiges an Volatilität zu verzeichnen. Aber ich denke, damit kommen wir gerade relativ gut zurecht. Es geht vor allem darum, dass nun das sogenannte oder die Zentralafrikanische Republik nun den Bitcoin als Legal Tender einführen möchte. Dazu gibt es auf unzähligen Seiten auch im Cryptospace natürlich Informationen und überall eben auch Meldungen. Das Wichtige hierbei ist aber, dass dieses Land natürlich auch kritisch betrachtet werden sollte. Was das genau bedeutet, besprechen wir gleich. Erst einmal sehen wir uns aber die Fakten an. Und zwar wird nun eben die Zentralafrikanische Republik nun ebenfalls als Land gelistet, die den Bitcoin als Legal Tender akzeptieren wird. Das reportet zum Beispiel die sogenannte AFP News Agency, die sich mit dem Thema zum Beispiel auch beschäftigt hat. Das Ganze wird aber eben auch auf vielen anderen Newsseiten gefeatured. Und das würde eben auch bedeuten, dass dann eben der Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel genutzt werden kann. In der Vergangenheit war es so, dass es eher nicht dazu kommen sollte. Da gab es nämlich in keinster Weise irgendwo das Thema Bitcoin und Legal Tender. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das aber scheinbar gewandelt. Und dann hat nämlich tatsächlich auch einer der Minister für das Thema Digital Economy, Post and Telecommunications, der gute Justin Gorner-Zakko, sich dazu entschieden, das Thema doch irgendwie durchzudrücken. Und am Ende wurde es dann einstimmig auch durchgewunken. Das heißt also, dass die Zentralafrikanische Republik nun also El Salvador folgen wird. Und das zweite Land sein wird, das den Bitcoin als Legal Tender hier tatsächlich auch akzeptiert. Wir müssen hierbei aber auch festhalten, dass die Zentralafrikanische Republik lediglich 2,4 Milliarden US-Dollar Bruttoinlandsprodukt aufweist. Das ist natürlich relativ wenig. Außerdem gibt es hier viele Foundations und so weiter, die das Land eben auch nicht unbedingt positiv bewerten. Was meine ich damit? Ich glaube, da macht es total viel Sinn, einfach mal den Wikipedia-Artikel aufzumachen. Und hier können wir uns einige Fakten ansehen. Zum einen ist es so, dass wir hier 4,7 Millionen Menschen haben, ungefähr sieben Einwohner pro Kilometer. Das Gebiet ist also relativ groß. Und hier sehen wir eben auch die Schätzungen des Bruttoinlandsprodukts in den letzten Jahren. Das hat sich eben ja nicht unwesentlich verändert in den letzten Jahren. Außerdem sehen wir den folgenden Satz und der ist absolut wichtig. Die Zentralafrikanische Republik ist ein stark unterentwickelter und instabiler Staat. Das Land war 2016 gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf das ärmste Land der Welt. Die Bevölkerung des Landes gilt als am ungesündesten Lebende und diejenigen mit der niedrigsten Lebenserwartung weltweit. Deswegen ist das absolut kritisch zu sehen, was die Minister in dem Land sich also ausgedacht haben, um also den Bitcoin als Legal Tenor hier einzuführen. Es ist aus meiner Sicht also absolut zweifelhaft, ob das wirklich der Republik helfen wird, ob das wirklich den Menschen vor Ort helfen wird. Ich persönlich glaube eher, dass das eben wenige sehr reich machen kann in diesem Land und der Großteil der Menschen dort eben überhaupt nicht durch das System und die Idee dahinter eben profitieren kann. Sicherlich kann man das immer noch auch auf El Salvador bis auf einen gewissen Grad eben anwenden. Dort haben wir aber schon mehr Informationen. Hier sprechen wir aber eben von einem der ärmsten Länder der Welt und da macht das aus meiner Sicht ja keinen Sinn, gerade wenn auch die Infrastruktur und so weiter überhaupt nicht besteht, eben solche Schritte eben durchzuführen. Deswegen mag das im Cryptospace gerade als positive Nachricht zu vermelden sein, aber aus meiner Sicht ist das total der falsche Schritt. Man sollte sich mit ganz anderen Themen dort beschäftigen und braucht natürlich auch international ganz andere Unterstützung, als jetzt den Bitcoin als Legal Tender mit einzuführen. Sicherlich werde ich da mit meiner Meinung etwas anecken. Das ist für mich aber komplett fein. Ich glaube, der Weg, den diese Republik nehmen sollte, wäre ein anderer, um eben die Menschen dort eben aufzupäppeln, sie quasi ja in dem Fall auch wirtschaftlich natürlich irgendwie zu unterstützen und dadurch in dem Fall auch die Lebenserwartung langfristig zu erhöhen. Das ist aber nicht das einzige Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Ich möchte auch mit dir darüber sprechen, dass BlackRock nun einen ETF starten wird. Das Ganze wird wie folgt aussehen. BlackRock hat offiziell einen auf Blockchain ausgerichteten, börsengehandelten Fonds, also einen ETF aufgelegt, der Anlegern ein Engagement in der Krypto- und Blockchain-Industrie bietet, ohne direkt digitale Vermögenswerte besitzen zu müssen. Am Mittwoch hat der weltweit größte Vermögensverwalter, der derzeit ein Vermögen von rund 10 Billionen US-Dollar verwaltet, seine iShares-Produktlinie um den Blockchain-and-Tech-ETF erweitert. Der 1,4 Millionen Dollar schwere ETF besitzt nicht direkt Kryptowährungen oder digitale Assets selbst, sondern verfolgt stattdessen eine Reihe internationaler Unternehmen, die in der Branche tätig sind. Der ETF besteht aus 41 separaten Beteiligungen, wobei die größte Einzelbeteiligung, die in den Vereinigten Staaten ansässigen Kryptobörse Coinbase ist, die 11,45 Prozent des Fonds ausmacht. Dicht gefolgt von den größten Bitcoin-Mainern Marathon Digital Holding mit 11,19 Prozent und Riot Blockchain Inc., die 10,41 Prozent der Gesamtbestände ausmacht. Der ETF zeigt Bereitschaft für zukünftige Akquisitionen und verfügt derzeit über eine gesunde Wahrposition von 9,15 Prozent. Parallel zu der Veröffentlichung des neuen ETFs veröffentlichte BlackRock einen Bericht, der drei Hauptbereiche des Marktes umriss, die derzeit permanenten Veränderungen unterliegt. Das Papier beschreibt, wie optimistisch BlackRock in Bezug auf Kryptoindustrie ist und stellt fest, dass sich die meiste Aufmerksamkeit auf digitale Assets und den Preis und die Volatilität konzentriert, der tatsächliche Wert der Blockchain jedoch nicht oder noch nicht vollständig realisiert wurde. Das Ganze bedeutet also, dass sich vor allem das Thema CBDCs in der Zukunft weiter etablieren wird, denn aktuell ist es laut BlackRock so, dass 87 Länder sich damit aktuell beschäftigen und die Technologie erforschen. Am Ende ist es nun mal so, dass der Crypto-ETF vor allem institutionellen Anlegern eben den Zugang zur Kryptowährungsbranche geben soll. Und das bedeutet eben auch, dass natürlich auch hier wieder in gewisser Weise eine Adoption stattfindet. Man spekuliert aber nicht direkt auf den Bitcoin, sondern auf in dem Fall Blockchain-Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen und natürlich weitere Bestände als zu den Bitcoin halten. Die Frage ist natürlich auch in diesem Umfeld, was du von dem ganzen Thema hältst. Glaubst du, dass BlackRock hier die richtige Entscheidung getroffen hat und solch einen ETF wirklich starten sollte oder eben nicht? Und was hältst du vor allem von dem Schritt, der Zentralafrikanischen Republik den Bitcoin als Legal Tender einzuführen? Schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare. Bereits in den letzten Tagen habe ich mit dir über Fame MMA und den Token gesprochen. Einer der größten Veranstalter in Europa hat sich dazu entschlossen, gemeinsam mit verschiedenen Unternehmen, die bereits in diesem Space unterwegs sind, nun einen eigenen Token zu launchen. Etwas, was wir bereits in anderen Sportbereichen gesehen haben. Egal, ob es eben in Zukunft die zum Beispiel NFL ist, die NBA oder eben auch einzelne Clubs oder sogar komplette Fußball-Ligen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ob es also nun die Serie A ist, ob es eben Paris Saint-Germain ist oder viele weitere Clubs. Das Thema Krypto ist nun mal wichtiger denn je für diesen Sportbereich, weil man so einfach Verbindungen zu der eigenen Community, zu den Sportfans und so weiter aufbauen kann und diese natürlich auch nutzen kann in gewisser Weise, um mehr Liquidität aufzubauen, aber eben auch den Fans neue Möglichkeiten gibt, in dem Fall sich also mit dem Projekt, mit dem Verband, mit dem Sportler eben zu connecten. Ich finde die Idee extrem genial und bin sowieso ein großer Kampfsport-Fan. Deswegen ist Fame MMA und der Token, der gelauncht wird, genau das Richtige für mich. Bereits in den letzten Videos wurde ich häufiger gefragt, was jetzt eigentlich nun mit dem Token los ist, wann es endlich losgeht und vor allem, wo ich dann jetzt eigentlich den Token dann eben auch kaufen und handeln kann. Dazu gibt es mittlerweile auf Fame MMA, also auf dem Twitter-Kanal, Informationen. Am 26. April wurden diese hier gelauncht und um das kurz zusammenzufassen, ist es nun also so, dass am 29. April der Start endlich beginnt. Das heißt also, du kannst dann ab 10 Uhr, in dem Fall wird es aber UTC sein, das wird wahrscheinlich also ungefähr 12 Uhr deutsche Zeit sein, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten guckt sich halt selber nochmal. Der Token auf OKEx gelistet. OKEx gehört zu den größten Handelsplattformen, die wir weltweit haben. Dort sind ungefähr 3,6 Milliarden US-Dollar Daily Trading Volume zu verzeichnen. Das heißt also, dort wird auf jeden Fall genug Aktivität stattfinden. Man kann vorher dann eben auch schon Kapital natürlich einzahlen, um dann das Ganze entsprechend handeln zu können. Aber das wird dann eben auf, in dem Fall OKEx stattfinden, am 29. April. Das heißt also, am Freitag, wenn du das Video heute siehst, morgen um circa 12 Uhr. Das Ganze hat natürlich extrem viele Leute angezogen. Fame MMA gehört nun mal zu den größten Verbänden in Europa, wenn es um das Thema MMA geht. Hier sprechen wir von 5,1 Millionen Total Per View Licensed, die also verkauft worden sind. Wir haben normalerweise um die 14.000 Zuschauer, die vor Ort sind. Mittlerweile sprechen wir von 260 Millionen Views auf YouTube insgesamt. Und das hat natürlich auch extrem viel Aufmerksamkeit gezogen, denn auch die Kämpfer werden wohl in Zukunft vor allem mit dem Fame Token eben bezahlt. Das heißt also, man baut so natürlich auch ein gutes Ökosystem auf. Das Ganze ist dann kombiniert mit verschiedenen Aspekten. Das Thema Play-to-Earn wird in Zukunft kommen. Man möchte eben Marketing und Sponsoring darüber eben abdecken. Das Thema NFT soll eben kommen und eben auch eine Staking-Plattform gelauncht werden. Und wir befinden uns immer noch in Stage 1. Das musst du dir mal bewusst machen. Wir werden jetzt erst Richtung Stage 2 kommen mit dem Community-Voting, mit dem IDO, mit dem Listening auf der ersten CEX. Also sehen wir hier auf jeden Fall richtig spannende Geschichten. Und ich freue mich extrem darauf, morgen eben auch bei dem Launch dabei zu sein. Ich werde mir das Ganze natürlich auch angucken und werde dann auch Fame mit handeln. Ich persönlich halte das eben für eines der interessantesten Projekte, das gelauncht ist. Trotzdem muss ich natürlich auch hier darauf hinweisen, dass das kein Garant dafür ist, dass man wirklich extrem viel Geld damit verdient. Das musst du dir immer bewusst machen. Deswegen recherchiere bitte. Investiere, wenn überhaupt nur Kapital, was du bereit bist zu verlieren. Das kann theoretisch auch nach hinten losgehen. Ich persönlich bin optimistisch und stelle das Projekt gerne vor. Das bedeutet aber nicht, dass ich eben versprechen kann, dass irgendwelche Renditen oder Supergewinne realisiert werden können. Man sollte schon überzeugt von dem ganzen Thema sein und sich vorher eben intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, bevor man wirklich anfängt, einen Taler in das ganze Projekt zu investieren. Du findest übrigens unten in der Videobeschreibung vor allem über den ersten Link natürlich die Webseite nochmal, falls du dich intensiv informieren möchtest. Und ansonsten geht es dann morgen um ca. 12 Uhr, also am 29. April los. Und ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen, falls du an dem Thema hier partizipieren solltest. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.